Immer sehen, aber ich will kümmer mich gar nicht drum. Und jetzt gucken wir mal. 8.314 Erz. Ach du Heilige. Uiuiui. Das wird ja immer besser. So, wo müssen wir jetzt mal hin? Zweiten Lage. Die Feuermagier. So. Okay, ähm. Dann können wir auch zwei Jahren gleichzeitig lernen. Hä? Ja. Einst führte ich ein anderes Leben. Ich zählte zu den besten Generälen dieses Landes. Ich habe ein ganzes Leben lang für dieses Land gekämpft. Den Adeligen war ich ein Dorn im Auge, denn der König hörte auf mein Rat. Und Sie sahen Ihre schmutzigen Geschäfte in Gefahr. Ich habe nicht mit Ihrer Hinterhältigkeit gerechnet. Sie haben das Königs Frau benutzt, um mich zu kriegen. Der sinnlose Mord an ihr wurde mir angehängt. König Roba blieb keine Wahl. Meine Verdienste um das Land retteten mich vor dem Strick, aber... Sie haben mir meine Freiheit genommen. Eines Tages werde ich wieder frei sein. Dann werde ich zurückkehren. Und ich werde Rache nehmen. Ich werde mich rächen. Du bist der Chef der Söldner, richtig? Das ist richtig, mein Junge. Was sind die Aufgaben meines Söldners der Magier? Ganz einfach. Beschütze das Erz. Beschütze die Magier. Manchmal haben die Magier aber auch eine besondere Aufgabe für einen von uns. Aha. Interessant. Boah, ich glaube, wir kriegen schon an. Oh, verdammt. Einen Trinkel nehmen. So. Wir können auch gleichzeitig jetzt diesen Sprint tanken. Äh, äh. Oh. Wir haben ja wieder so Ölschwinten. Na, egal. Na, 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 na. Ach, komm. Der hat genug. Bei irgendwas, ich hab nichts gesehen. Na. Einer hat angeblich nichts gesehen, aha. Hui. Hui. Arterge. Volles Röhr. Bandit. Okay. Torwache. Mhm. Na, komm. Na, komm. Jetzt lov. Ach, der Wichs. Nee, da müssen wir durchs Wasser. Das ist nicht mehr so schnell. Da renne ich lieber. Und zwar so. Eh. Dadan, 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 dadan. Dieses Laufen. Mensch, ins Kinder. Warum habe ich keine Ruhe oder so? Wie, äh, Dings. Los, hattert. Und jetzt ne schöne Rolle. Boah. Hammer miesig. Ich will doch bald mal da... Hä? Scorpio? Hey, keine Angst, Mann. Komm mal rüber. Hä? Kann ich von dir... Wenn du genug... Ach so, Ombos. Nee, nee, nee. Hä? Was denn los? Alles klar bei dir? Ich hab mich hierher verzogen. Für den Mist, den die Gardisten gerade abziehen, habe ich nichts übrig. Aber ich habe mir ein paar gute Stücke aus der Waffenkammer mitgenommen. Wenn du eine Waffe brauchst, sag mir Bescheid. Okay, ist es soweit. Ihr werdet gleich sehen, was... Boah, Stärkebonus. Boah. Geschicklichkeitsbonus. Wie viel kostet die KK 480? Jetzt gucke ich mal, was in meinem... Boah, kann ich gar nicht. Armbrust, Armbrust, Armbrust. Oi, die Schwerter sind wirklich nice. So ein Schwert wäre ja gar nicht mehr so schlecht. Hm. Aber... Ein Hand, ein Hand, zwei Hand. 66 Schaden. Warte mal. Wie viel macht mein? Und so, okay. 46 und... Stärkebonus plus 10. Ja, dann... Okay. Habe ich jetzt ein kleines Geschäftchen? Zeig mir deine... Ah, verdammt, ich hab's vergessen. Noch einmal. Zack. So. Jetzt hab ich was vor. Zeig mir dein... Als erstes Stärkebonus. Dann einmal deinen besten Einhänder. Und das ist eigentlich der Rest, das ich hab... Ja, das ist alles. Und jetzt kommen wir zum richtigen Teil. Dann kommen wir das... Oh, verdammt. Das ist eine Waffe dabei, die ich nicht verkaufen will. Haben wir noch etwas. Ich glaube, das... O εν... Ich sag mir deine Waffe. Warum? Rechtsklick. Warum? So. Weg, weg, weg. Was? Springen? Weg, 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 weg. So, haben wir jetzt Verwandlung. Okay. Weiß jetzt nicht, aber ich glaub... Pff, nee, behalten wir mal. So. Ring der Lebenskraft und Amulett der Kraft. Können wir verkaufen. Den Rest, würd ich mal sagen, hä? Achso, ja, ähm, den Rest gleichen wir mit Gold, äh, Gold, Erz aus, Mann. Auf jeden Fall, einfach nie zu niederschlagen, nee. Doch, können wir eigentlich. Jetzt hat er ja mehr Erz. Machen wir doch gleich mal. Na komm, na komm, na komm, jetzt schneller. Ich mag das nicht, dass mein Erz so wenig wird und da so viel. Das tut mir weh. Ich glaub, ich schlag den jetzt einfach gleich mal nieder und ich schaffe. Perf, nehm, oh. Nuuun. Shit. Shit, shit und nochmal shit. Ich dachte, ah. Ihr könnt diesen Part erstmal überspringen. Das ist ja, oh, ich bin zu blöd zum Handeln. Warte mal, Zauberspruch holen. Jetzt mal ehrlich. Der Portion, ha, 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 Feuer, Ball. Dann kann man erst gebrauchen noch. Komm, eine können wir davon verkaufen, so. Haben wir hier noch was? Ja, nehmen wir das hier. Becher, was ich hier mal sah. Den Rest können wir gebrauchen. Äh, wo? Ach, da ist ja unser Erz auch gewesen. So. Oh, nun. Noch einmal. Das letzte Mal und dann nehmen wir an den. 2.240 und nicht 2.1440. Mann. Ich hab nur auf die letzten beiden Zahlen geachtet, bis es 40 wurde, seitdem ich die 2.000er Zahl gesehen hab. Und dann, ja, egal. So. Vier. Drei. Zwöl. Eins. Eins. Ah. So, mal. Ne, das ist ein Fehler, aber ich nicht noch mal. Null. So. Da müssen jetzt 40 her. Eins, zwei, drei. Jawoll. Jetzt passt das doch. Warum? Nein. Nein. Ja, Mann, warte, ich mal einen Cut. So. Und nun. Endlich. Ich hab ja hier einen Cut gemacht, so. Sagen wir die Kacke verkauft und speichern. Mann, das war ja. Und ich hab noch etwas gesehen bei mir. Und zwar. Stärke Bonus. Flup. Stärke und Geschick. Flup. Maximal ist Warnung. Flup. Was war da? Maximal Lebensenergie. Geil. Flup. Flup. Überall wo maximal steht. Okay. Hm? Geschicklichkeitsbonus. Ja, das können wir auch noch nehmen. Zack. Und jetzt. Haben wir es endlich geschafft. Oh, ich bin so glücklich. Das ist ja echt. So. Das hat ja lang genug gedauert. Oh, Moment mal. Ich will hier noch was testen. Oh, wir haben gar keine Waffe in der Hand. Nochmal speichern. Boah, wie viel Schorn er mit mir mit Einschlag macht. Klarer Sieger würde ich sagen. Oh, jetzt können wir alles wiederholen. So. So geht es aber irgendwie schneller immer. Nur so geht das schnell. Wut? Jetzt sage ich eigentlich alles das, was wir verkauft haben. Oh, da hätte ich alle meine Tränke hinutrunken können. Dann wäre ich ganz schnell gewesen mit... Oh, der steht ja wieder auf. Boah. Oh, wir hätten die ganzen Waffen gar nicht kaufen müssen. Egal. Mal gucken. Ja, das ist... Ja. Aber wir benutzen keinen Trank. Wir können ja was ganz anderes dafür benutzen. Wir können uns ja einfach in Cowallons Bett legen. So. Ha. So einfach ist das. Oh, Mann. Ey, Scorpio. Hast du noch ein paar Waffen? Oh, Mann. Der tut mir irgendwie richtig leid. Boah, Mann. Jetzt... Scheiße. Egal. Ich habe keinen Bock, dass wir nochmal zu Belgien oder so hat. Oh, Mann. Also wir müssen uns für die Feuer magieren. Und wie eine falsche Waffe ausgerüstet. So. Scavenger. Hihihi. Hussa. Hussa. Arriba. Nako Moon. Ich halte mich da lieber raus. Ja, ja. So. Und jetzt haben wir hier ein kleines Problem da hinten. Das Tor ist nämlich zu. Ich kann es ja euch nochmal zeigen. Da. Seht ihr. Und es sind ein paar Gegner. Den würde ich gerne nochmal versuchen aufzuschmeißen, wenn es geht. Milton wartet da, um uns eine Erklärung abzuliefern. Und dann... Ach ja, wir müssen die Kakao noch ausrüsten. Zack. Ja, mal speichern. Denn dieser lange Weg war schon heftig. Ein Tränkchen nehmen. Oder...